Ich hab's jetzt! Jetzt hab ich's! Ich hab's jetzt! Ohne anzuklopfen! Jetzt hab ich's! Hier, dies ist eine kleine, treue Gemeinde im Osten. Ein katholischer Fels in atheistischer Brandung. Selbst die Kommunisten haben sie nicht vom Glauben abgebracht. Aber das Beste ist, das ist laut der aktuellen Verbrechenstatistik der Ort in Deutschland mit der niedrigsten Verbrechensrate. Kein Mord, kein Totschlag, nichts. Und nun raten Sie mal, wie dieses gesegnete Städtchen an der Elbe heißt. Pfaffenberg. Hülich, das ist ein Zeichen. Die Gemeinde sucht einen neuen Pfarrer. Der alte Hochwürdenharz ist verstorben. Weggegangen wäre er jedenfalls nicht. Der Ort liegt nämlich wunderbar im Elbsandsteingebirge. Und das Pfarrhaus ist ein renovierter Traum aus dem 18. Jahrhundert. Ja, das klingt wirklich sehr gut. Aber die Strafe, Mühlig, was ist mit der Strafe für den Braun? Wenn ihr dann immer noch nicht auf mich hört, fahre ich fort, euch zu züchtigen. Siebenfach werde ich euch züchtigen für eure Sünden. 3, Moses, 25, 20. 26, 18. Levitius. Ja, ja. Wie dem auch sei Mühlig. Eine Strafe muss es geben. Daran habe ich natürlich auch gedacht. Und wenn ich Ihnen das kurz zeigen darf. Ja. 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 Herr Mühlig. Sie sind. Sie sind. Ihre Freude ist mein Glück. Mhm. Braun. Pfaffenberg. Im Wander- und Glettergebiet zwischen Papstein und Teufelsurm, gelegene idyllische Kleinstadt. Hält sich doch ganz nett an! Ganz nett. Abkommandiert nach Sachsen. Zwischen Pontifex und Lucifer erreicht der Einfallfahrer nicht mehr. Der braucht es einen Exorzisten. Also mir würde es schon reichen, wenn Sie sich mal wie normaler Pfarrer benehmen würden. Ich will nicht schon wieder umziehen. Das Böse läuft mir doch nach und versucht mich, da kann ich doch nichts dafür. Dann bleiben Sie einfach stark. Und Sie fahren lieber gescheit. Ein wunderschönes Fleckerl Erde ist es ja, Herr. Aber warum hast du es so weit im Osten erschaffen müssen? Man möchte ja meinen, Byzanz ist zuständig. Das hat schon Missionscharakter, absolute Luther gegen noch 40er Atheismus. Da komme ich mir vor wie Daniel in der Löwengrube. Obwohl, immerhin heißt die Löwengrube Freistaat. Danke, Herr. Ach, das ist doch schön hier. Torte von rechts! Sie da, sind Sie wahnsinnig. Einsperren sollte man Sie. Dafür, dass Sie 40er bloß grüßt, ist die Torte gar nicht schlecht. Sind Sie denn noch zu retten, mir Ihre Torte vor die Windschutzscheibe zu schmeißen? Hast du das gesehen? Sie haben deine Torte ruiniert. Ist gut, ich übernehme den Vorfall. So können Sie aber nicht fahren. Sie kommen wohl nicht von hier. Wieso? Weil mir könnt Ihr Leck nicht reden, oder? Jetzt kommen Sie mir nicht so. Die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugpapiere, bitte. Und Sie sind? Hochwürden Braun? So ist es, grüß Gott. Grüß Gott, ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen. Er nimmt seine Arbeit eben sehr ernst. Außerdem heiratet er heute. Gratuliere. Meine Tochter. Ah. Ja, da ist man aufgeregt. Besonders, wenn die Hochzeitstorte dann auf die schiefe Bahn gerät. In der Schrift heißt es lieber ein Gericht Gemüse, wo Liebe herrscht, als ein gemästeter Ochse, wo Hass dabei. Nein, da kennen Sie aber meine verfressene Verwandtschaft nicht. Die stehen auf Torte. Über Torte sagt die Heilige Stift leider nichts. Nee, naja, egal. Übrigens keine Angst, Sie müssen heute nicht einfach so drauf lostrauen. Wie meinen Sie das? Ich meine, Sie müssen jetzt keine Trauung vollziehen. Wir gehen zur Konkurrenz. Bei uns Katholiken sind aber der Schauwert höher. Sie wissen, wie Sie fahren müssen? Wissen wir nicht. Eigentlich nicht. Dann ist es doch klar, dass wir Sie leiten. Bernd, komm, erst Torte, mach dich nützlich. Zeig dem Pfarrer den Weg zum Pfarrhaus. Ja, Franz. Ich meine, Herr Hauptkommissar. Mit blaulich? Aber nicht so schnell. Das ist jetzt wirklich mal schön. Das ist so schön, da ist bestimmt der Haken dabei. Herr Pfarrer, hier will ich nicht wieder weg. Wehe, ich erwische Sie mit Schupfaback. Dieses Haus ist doch ein Geschenk. Was heißt das jetzt? Ich fürchte, die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen. Respekt. Was ist das? Ich wollte nicht vorlaut sein, Hochwürden. Aber das Lateinische, eine Leidenschaft von mir. Und wer sind Sie, Sie leidenschaftlicher? Kurich, Hochwürden. Johannes Kurich. Es ist eine ganz große, eine ganz besondere. Eine, es ist eine solche, äh... Ich lach mich, Freize. Trenn mir nicht die Hand vom Leib. Ich möchte am jüngsten Tag als so ganzes von meinem ewigen Richter hintreten. Oh, Entschuldigung. Zeig uns lieber das Haus. Gute Idee. Ja. Jella, bitte. Das wäre dann die Küche. Tiefgefrierer, Mikrowelle, Umluftofen, Gasherd, Abzugshaube. Die Haushälterin von ihrem Vorgänger, Gott hab ihn selig, war eine leidenschaftliche Köchin. So was gibt's, Herr? Herr, ist das wirklich wahr? Sollte ich endlich Ruhe gefunden haben? Ich wollte sie aufhalten, aber die verstehen mich nicht, sind alles Spanier. So, this is one of our most famous buildings here. It was built in 1716. Here, you can see how people slept in... Excuse me. Pardon, Entschuldigung. What's happening here? Das ist die tägliche Führung. Was ist das? Sind Sie der neue Pfarrer? Yes, Sie, ja. Ja, die tägliche Führung. Die, also Ihre Kirche mit der Reliquie des Heiligen Philipps und das wunderschöne Pfarrhaus. Das sind überregionale Touristenattraktionen. Ein Muss für jeden Besucher. Jetzt dämmert's allmählich. Mühlig. Bitte? Das ist eine unserer überregionalen Attraktionen. Ah ja. Okay, let's go. Follow me. Bitte nichts anfassen hier draußen. Bitte nichts anfassen. Herr Pfarrer, ich verspreche Ihnen, dass Sie uns gar nicht richtig bemerken werden. Es sind auch höchstens zwei bis drei Gruppen am Tag. Ladies and Gentlemen, we are leaving. The bus is waiting. Bis später. Sie werden sich hier bestimmt total wohlfühlen. Ich fühle mich jetzt schon total wohl. Zwei bis drei Gruppen am Tag. Ich glaube, der Mühlig spinnt total. Ja, hätte ich jetzt hier noch Kaffee und Kuchen servieren sollen, oder was? Die Damen, wir haben bestimmt auch ohne Kaffee und Kuchen geblieben. Was, Johannes? Ich, äh, ich schaue schnell nach, ob alle, Frau, alle gegangen sind. Rosthaubnerin, das schauen wir uns so. So, this is the famous Frauenkirche of Pfaffenburg. Rosthaubnerin, rosthaubnerin. Na, der ist aber hartnäckig. So, come on, follow me, we're going now to the restaurant. Das is er also. Ja, das ist er. Der heilige Philipp von Arundel. Schutzpatron der Verleumdeten, der fälschlich Angeklagten und... getrennten Ehegatten. Der ist aber alt worden. Es ist eine anerkannte Reliquie, quasi. Sicherlich streiten sich die Gelehrten, ob es stimmt, dass sein Schädel bei der Überführung von der Kutschevieh... Manche behaupten sogar, er habe England nie verlassen. So ein Quatsch. Ich bin fest überzeugt, dass er es ist. Seine Seligsprechung... Jetzt hören wir mal auf mit den Reliquien. Da geistert doch jede Menge mittelalterlicher Kommerzschrott umeinander. Sein Einsatz für die Schwachen, für die Verfolgten. Er ist ein großes Vorbild für mich. Ich glaub's nicht. So ein junger Bub und hat einen Schädel zum Vorbild. Sie machen sich lustig über mich. Geh. Schon die ganze Zeit. Meine Güte, Sie sind wie mein Vater. Aber an sich eine schöne Wohnung, oder Herr? Meine Freunde, ich wünsche dem Brautpaar... Ich wünsche meiner Tochter und meinem Schwiegersohn alles Gute dieser Welt. Wie gut, mein Schatz. Danke, Papa. Alles Gute, Schwiegersohn. So, Brautweizer. Und die Bäume werden blühen, wenn die Drossel singt im Wald. Schönes Paar. Richtig verliebt. Es gibt sich. Zock'n aus, Kobelke. Ja, gleich. Wo bleibst du denn? Es kommt nur noch heiße Luft. Ah! Meine Freunde, der große Augenblick. Das Hochzeitsbar an die Torte, bitte. Und Bernd, mach mir keinen Kummer, das Ding war teuer genug. Papa! Also ich weiß ja, warum ihr hier seid. Bringen wir es hinter uns. Jetzt lasst es euch mal so richtig schmecken. Auf meine Kosten. Also, das Buffet ist eröffnet. Mein Vater macht es ja so lustig über dich. Dann will ich, dass ich Priester werde. Verschwendung nennt ihr es. Denn Verzicht, Sie wissen schon. Ich soll lieber für eine anständige Firma arbeiten. Anständige Firma? Seine Firma. Wissen Sie, mein Vater glaubt nicht, dass ich das Priesterseminar erfolgreich bestehen kann. Schon zum Küster taug ich angeblich nicht. Ach, Küster heißt es bei euch. Wir sagen Messner. Und im Verzicht wird es bei der Rosshauptin schon lernen. Bitte schön. Sächsische Kartoffelsuppe. Aha. Soll ich da drauf schlitscher laufen? Ich nehme sehr gerne das von der Suppe, wenn der Pfarrer keinen Appetit mehr hat. War wohl nicht lange genug drin. Ich tue es noch mal in die Mikro. Danke, mir glanz. Wo wollen Sie denn hin? Ins Gotteshaus. Ich schau, ob da noch ein abgenackter Knochen und eine ungeweihte Host hier rumliegen. Und stolpern Sie auf dem Weg in die Wirtschaft nicht über einen Mord oder über eine Leiche. Herr Pfarrer. Was? Der Schnupftabak bleibt hier. Soviel zum Thema Verzicht. Oh nein, Schatz. Marmor, Stein und Eisenbrich. Aber unsere Zukunft verliebe dich. Alles, alles, alles geht vorbei. Umgeflogen. Knochen clown. Oh! Es tut dir gut. Wie kann sowas denn passieren? Jesus, wie kannst du es zulassen, dass die Rosthauptner mich so durchschaut? Weiche Satan, obwohl eine Reserve-Schnupfte war, hätte ich dabei. Keine Es tut dir. Wir müssen doch irgendwo sein, dann verteilen wir uns ein paar Daalern, ein paar Daalern und der Rest kommt mit mir, komm! Aufwachen, bitte! Es geht um Leben und Tod! Bitte! Die jäschische Christi, die bringen mich um. Bitte helfen Sie mir. Hochwürden, bitte! Versage keine Wohltat dem, der sie braucht, wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu tun. Was die sagen, ist falsch. Sie war schon tot. Bitte geben Sie mir Asyl. Aufmachen, Polizei! Schnell! In die Sakristei. Da. Herr Hagenow, was gibt's? Wir jagen einen flüchtigen Mörder. Ein ganz brutales Subjekt. Ist er aus der Haft ins Fluch? Schlimmer, wir haben hier den Flagranti erwischt. Matthei heißt der Kind. Irgend so ein Hilfsarbeiter aus dem tschechischen Bruder, ich mein Nachbarland. Der kniete neben der Leiche mit blutigen Händen. Wer ist das Opfer? Rosa Grävenich heißt das Opfer. Eine Fremdenführerin, die wohnte in dem Gasthof, wo wir gerade gefeiert haben. Gott, gürte mich mit Kraft. Die Rosa Grävenich, diese kleine Fremdenführerin. Ja. Gibt's Zeugen für die Tat? Hä? Ne. Der kniete neben der Leiche, mehr muss ich nicht sehen. Der hat sie kalt gemacht. Und das über den Köpfen der Polizei. Das ist eine Unvorschämtheit. Können Sie sich vorstellen, was meine Tochter gerade durchmacht? Das ganze Buffet ist ruiniert. So ein Schwein. Aber wir stellen ihn. Und dann gibt's ein ordentliches Verfahren. Nur von mir persönlich. Psst. Herr Pfarrer, ist Ihnen irgendetwas Augenfälliges aufgefallen? Nein. Gut, dann nichts für Unnot, Herr Pfarrer. So, komm, wir müssen weiter. Der muss hier noch irgendwo sein. Herr Pfarrer. Komm, 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 mach hin. Danke, Pfarrer. Bedank dich nicht zu früh. Dich nicht den Heschern übergeben zu haben, ist die eine Sache. Aber zu glauben, dass du unschuldig bist, ist die andere. Komm mit. Und angesichts des Herrn, hast du Rosa gemordet? Nein, Hochwürden. Ich schwöre. Im Antlitz des Allmächtigen Gottes frage ich dich, hast du Rosa umgebracht? Nein. Bei Gott und der Heiligen Maria, Mutter Gottes. Wer war's dann? Ich weiß es nicht. Hast du sonst noch irgendjemanden da gesehen? Nein. Und warum warst du da? War's ja verabredet. Nein. Ja, wir, sie hat Schluss gemacht vor einer Weile. Und weil sie mich heute Abend unbedingt sehen wollte, hab ich gedacht, sie hat sich anders überlegt. Und da bin ich schnell rüber zu ihr und da lag sie schon da. Tod? Ja. Ja, aber wir, erschlagen, erdrosselt, erwürgt, erstochen, erschossen. Ich weiß es nicht. Sie lag inmitten in ihrem Zimmer und es war überall Blut. Ich, ich, ich habe sie nicht untersucht. War's nur warm? Herr Pfarrer, bitte. Es geht um die Bestimmung des Todeszeitpunktes. Also, war der Leichnam nur warm? Ja, ich, ich glaube, war noch warm. Aber warum fragen Sie mich das alles? Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, die Polizei war eben da. Schreckliche Dinge geschehen hier. Ein Mörder läuft frei rum. Ja, tschechischer Akzent, blonde Haare, blaue Augen, rote Jacke, sportliche Statur. 1,80? Der Mörder? 1,80? Nein, Herr Pfarrer. Nicht schon wieder. Höher der Gewalt? Guten Morgen. Herr Pfarrer, ein Mörder kocht in meiner Küche. Das überlebe ich nicht. Jetzt hören Sie auf, wenn er Sie hätten melken wollen, hätte er das längst getan. Außerdem bin ich mir jedem froh, der hier kocht, so wie Sie momentan mit der Mikrowelle rumfuhrwerken. Mh, hier schmeckt ja sogar der Spek. Dem Herrn Bischof wird das auch nicht recht sein. Den sagen wir es halt einfach nicht. Und wann wollen Sie mir Polizei übergeben? Johannes, was ich dem geringsten meiner Brüder getan habe, habt ihr mir getan. Hier wird keiner der Polizei übergeben, zumindest solange der Fall geklärt ist. Und schon sind wir wieder mittendrin im Kriminalisieren. Ach, Krampf. Ich frage auch nur, weil hier im Codex Juris Canonici steht nichts von Asylgewährung. Warst du Praktikant bei der spanischen Inquisition? Wenn dein heiliger Philipp, der Patron der Verfolgten, dich hört, der fängt auf dem Samtkissen zu rotieren an, dass wir damit Strom erzeugen können. Original Czeschi Omelette. Ganz einfach. Guter Appetit. Also ich denke, wir sind so in fünf bis zehn Minuten sind wir fertig. Ja, bist du nicht bei Trost? Nicht alles wegschmeißen, was noch nicht angebissen wurde, ist noch sehr gut zu verkaufen. Das Bargeld. Ah, der Herr Pfarrer. Und? Wer kommt für die Torte auf? Seht die Vöglein des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht und doch ernährt sie euer himmlischer Vater. Wer von uns beiden ohne Schulden ist, werfe die erste Torte. Ja, Gott sei Dank muss ich das nicht bezahlen. Wir müssen erst mal aufräumen. Mit dieser ganzen Schweinerei. Ja, ihr habt schon gehört. Das ist doch eine Tragödie. Ich kann die Hälfte wegwerfen. Wenn erst mal die Kripe und der Leichenbestatter vorfahren, geht auf dem Buffet gar nichts mehr. Das ist die wahre Tragödie, wenn am Buffet nichts mehr geht, oder? Damit hört der Ärger ja noch nicht auf. Erst stand das eine Zimmer neben Rosalange leer. Jetzt ihr ist auch noch. Wer will da jetzt noch wohnen? Aber abgesehen von dieser Tragödie, scheint es ein sehr gutes Fest gewesen zu sein, die Feier, oder? Ja, absolut. Kein Ärger, alle hatten ihren Spaß. Hat den Umsatz meines Lebens gemacht. Na, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Die Flaschen sind noch halb voll. Die kommen zu den offenen Beinen. Dann los! Herr Kobielke, was war denn die Rosa für ein Mensch? Schauen Sie, ich muss doch beim Requiem die Predigt halten. Und da würde ich gerne ein paar persönliche Worte sagen können. Ach so, ja. Sie war eine ganz reizende Person. Ganz bescheiden. Wohnte da oben, zufrieden. Obwohl es nicht der große Luxus ist. Aber sauber und so. Eben, bescheiden. Hab nie Klagen über sie gehört. Hat sie ihren Freund gehabt? Ach so, das weiß ich wirklich nicht. Verehrer bestimmt, so wie sie aussah. Aber ich bin ja wirklich nicht neugierig. Was soll ich jetzt davon halten? Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir bitten die Bevölkerung von Kampferk und Mithilfe. Gesucht wird der tschechische Staatsbürger Mathe Tökolle wegen Mordes. Achtung, 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 hier spricht die Polizei. Der Gesuchtte ist circa 30 normaler alt, 1,8 wie groß, mit sportlicher Figur. Sachsähnliche Hinweise an die Polizei, prachthaft. Wenn Sie den sehen, rufen Sie uns bitte an. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und darüber hinaus ein Grundrecht. Es geht doch nicht an, dass Mörder illegal in unser Land einfallen und geliebte Bürger aus unserer Mitte reißen. Der sich einfach nicht vor Gefahren dieser Art schützt. Der sündigt sich gegenüber seinen Kindern. Diese Kriminellen gehören eingesperrt und abgeschoben. Dafür werde ich mit all meiner Kraft kämpfen. Für eine bessere Zukunft. Für Sachsen. Für Deutschland. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Sie hier zu sehen, lernen wir uns endlich mal persönlich kennen. Mal schauen, ob die Freude anhält. Hat Ihnen meine Rede gefallen? Eine Rede halt. Ich vermisse ein bisschen den Geist der christlichen Nächstenliebe. Aber wir weihen doch nächste Woche den katholischen Kindergarten ein. Ich freue mich schon auf eine gemeinsame Eröffnung. Mein Mann hat den Bau überhaupt erst möglich gemacht. Auch finanziell. Doch, Frau. Das nenne ich wahrhaft großzügig im Sinne Jesu. Lasset die Kinder zu mir kommen. Auch die Ausländischen. Ah, Edmund. Ich glaube, sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. In Ewigkeit. Amen. Wenn die Polizei ihn schon gefunden hat, dann bin ich, wie sagt man, am Arsch. Hätte nicht gedacht, dass ein Liebesbrief so gefährlich sein kann. Wenn ein verliebter Gockel, der obendrein noch tatverdächtig ist, dem späteren Opfer schriftlich Tod und Teufel an den Hals wünscht, dann muss man sich nicht wundern. Ich war wetend. Aber nur kurz. Rosa sollte den Brief heute erst finden. Ich wollte mich jetzt für den Brief wiederholen. Ich war zu oft an dem Platz, oder? Wer lebt in diesem Platz? Wir haben uns sehr oft da getroffen. Und es war unsere, wie sagt man, tote Briefkasten. Matei, dir fehlt die Rosa sehr, oder? Ich würde mich jetzt sehen. Also das klebt wie verrückt. Ja, die Kommunalpolitik fängt eben auch am Klerus. So, jetzt ist er ab. Ja, jetzt pressiert's. Was ist das denn? Wird hier schon hinter meinem Rücken gekocht, um sich lieb Kind zu machen? Das liebe Kind bereitet die von ihm selbst verschuldete Expedition Golgatha für mich vor. Die nächste Reisegruppe. Um Gottes Willen, was machen wir? In die Speisekammer, schnell. Hey, Johannes, was ist jetzt? Sie hatten recht. Der heilige Philipp hätte sich alles gewollt. Gentlemen, this is one of our most famous buildings. It was built in 1716, and it shows how people live in former centuries. Oh, not, not... Noch zwei Kilometer. Und ich hab glaubt, inzwischen wär's für den Bayern leichter zum Papst zu kommen. Auf geht's, Geiger! Gämpfen, Geiger! Sie immer noch, Kommissar Geiger. Ach, Geiger, ihr zählt in den nächsten Tagen keine Titel! Ihr zählt oder wille! Glaubt ihr an Geiger? Ja, 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 ja. Na also, hören Sie das, Geiger? Enttäuschen Sie sie nicht! Wenn es irgendwas gibt, womit ich Sie enttäuschen kann, sagen Sie mir das bitte. Jetzt geben Sie mal alles, Geiger. Männer, auf geht's! Kommissar Geiger, du Arsch! Und, das erste Mal dabei? Mein Vorgesetzter hat sich da so ein Floh ins Ohr setzen lassen. Teamfähigkeit, Ternier, Menschenführung, Neuerlern, Grenzerfahrung, dieser ganze Quatsch. Als ob ich sowas nötig hätte. Das können wir alle hier. Ich bin ja schon das zweite Mal dabei. Weil es Ihnen beim ersten Mal so gut gefallen hat? No, weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe. Das kann ja weiter werden. Ach, Schweißrimmerei. Was ist los? Ist Ihnen schwindlig? Stimme, ich halluziniere. Ein gutes Zeichen, Geiger. Sie nähern sich Ihren inneren Dämen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich diesem Thema nähern will. Ich weiß gar nicht, ob ich Sie selber machen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen selbst weiß. Das ist doch egal, ob ich Ihnen tue mir aus. Untertitelung. BR 2018 Für meine einzige Liebe. Und aufschließen! Und aufschließen! Dann werden wir aufschließen! Keine Sorge, die ersten vier Höllentage vergehen auch. Schwelnd langsam, natürlich. Aber wenn einem Schlafmangel und Essentzug nichts ausmachen, dann kommt man irgendwie durch. Essensentzug? Ja, die wenigsten kriegen die Würmer und Käfer, die man hier im Wald findet, runter. Und wild hat noch keiner erlegt. Ja, ist gut, lau'n nur vor. Ich komm nach, kurze Pause. Ja, wir sehen uns dann am Seminarzentrum. Ab morgen wird's ernst. Prima. Hallo? 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 Oh Gott. Herr Pfarrer reicht völlig. Was machen Sie denn hier? Ich lerne gerade meine neue Gemeinde kennen. Ihr Gemeinde wird gerade vorbeilaufen sehen. Was machen Sie hier? Survival Wellness für Straßen mit integrierter Ausbildung zum Hungerkünstler, oder? Nein, nein. Fortbildung. Ja, es war nicht meine Idee. Aber Sie würden staunen, wenn Sie sehen könnten, was die sächsischen Kollegen sich hier für ein Fortbildungszentrum hingestellt haben. Mit Hörsaal, Labor, die... Frango-Packungen. Nein, kein Frango. Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin hier nicht auf Kur. Man, Signore? Müll ich hier. Das ist Gott Pfarrer Braun. Ich wollte nur mal wissen, ob Ihnen Ihre neue Gemeinde gefällt. Das Pfarrhaus und die Kirche sollen ja eine wahre Pracht sein. Mit religiösen Kunstschätzen. Die ganze Welt reißt sich drum. Vielleicht darf ich einmal. Ist etwa der Kommissar Geiger bei Ihnen? Wie kommen Sie auf sowas? Sie tun's doch nicht schon wieder. Oder, Braun? Gott bewahre aber. Monsignore, ich muss jetzt leider Schluss machen, weil ein schwaches Glied meiner Gemeinde bedarf meines seelsorgerischen Beistandes. Ich habe es gewusst. Sie tun es schon wieder. Und deswegen ist es gut, dass wir uns getroffen haben. Die Wege des Herrn sind oft wundersam. Das war kein Zufall, Geiger. Nein, nein, ich weiß. Inneres Thema habe ich ja gerade gelernt. Geiger, ich bräuchte Ihre Hilfe. Sie sind einer der wenigen, die meine Qualifikation zu schätzen müssen. Ist doch nichts Illegales? Himmelrat bewahren, nein. Liebe Trauergemeinde, fassungslos stehen wir vor dem Leichnam dieses jungen, lebensfrohen Menschen. Und wir fragen uns, warum musste Rosa so jäh aus unserer Mitte gerissen werden, noch dazu durch die Hand eines Gewaltverbrechers. Und wir fragen uns, wo liegt da der Sinn? Und wir bitten Gott um Antwort. Und wir müssen uns aber auch fragen, ob derjenige, auf dem wir jetzt schon mit dem Finger der Anklage zeigen, ob das auch wirklich der Schuldige ist. Denn es spricht der Herr, ich sehe anders als der Mensch. Der Mensch sieht, was ihm vor Augen steht. Der Herr schaut in die Herzen. Und derjenige, der Schuld auf sich geladen hat und meint, er könne sich vor den Menschen verstecken, der mag vielleicht verborgen bleiben. Aber ihm sei gesagt, vor dem Herrn verbirgt er sich nicht. Dem unschuldig Verfolgten sei gesagt, er möge sich in Sicherheit bringen vor dem Mob der Ungerechten. Denn das Unheil droht von unbekannter Seite und straft mit der eisernen Hand des Gesetzes. Was machen Sie denn hier? Sind Sie wahnsinnig? Los gehen Sie zurück ins Pfarrhaus. Aber wahrlich, ich sage euch, wer Schuld auf sich geladen hat in seinem Herzen, der möge dies bekennen vor Gott und der Gemeinde. Und jetzt lasst uns beten. Gott, du allein bist gut und alle Zeit barmherzig. Wir bitten dich für unsere Schwester Rosa, die du zu dir gerufen hast. An dich hat sie geglaubt und auf dich gehofft. Führe sie zur wahren Heimat und lasse die ewige Freude genießen und in deinem Frieden geborgen sein. Darum bitten wir doch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Super, Herr Pfarrer. Nein. Das war eine sehr schöne Rede, Herr Pfarrer. Hat meinem Mann gut gefallen. Ich wünschte, ich kann Ihnen das von den Predigten Ihres Mannes auch sagen. Mein Mann hat ja die Fähigkeit und die Qualität, diese Region nach vorne zu bringen. Auch im Sinne der Kirche. Abominatio domino labia mendatia. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Gräuel. Er ist ein miserabler Lateiner. Ja, ich verstehe. Schönen Tag noch. Ah, grüß Sie Gott. Schauen Sie mich, kennen Sie die? Die Geschwister Kramer, sie heißt Annabelle. Ist ein seltsames Pärchen. Sie wacht über ihn wie eine Hündin über ihre Welpen. Sie haben nichts als Schulden erbt. Der Hof verfällt, die halten sich über Wasser mit Hilfsarbeiten. Er ist ein bisschen zurückgeblieben, wenn Sie mich fragen. Und sie ist irgendwie auch nicht ganz koscher. Ja, das ist es. Warmes Wasser, Fernseherberat, 24 Programme, eigenes Telefon, altes Bett, neue Matratze. Ja, was ist denn du? Nimmst du das Zimmer? Ja. Und im Fahrhaus mit dem neuen Fahrer hältst du das schon nicht mehr aus? Na ja, ist recht. Kannst sofort einziehen. Und im Fahrer hältst du das schon nicht mehr aus? Und im Fahrer hältst du das schon nicht mehr aus? Wer ist da? Was hast du gedacht? Der heilige Philipp? Nein, ich ... Ich dachte nur ... Und? Habe ich recht gehabt? Ja, das Dach wird bis zu Rosas Zimmer hinüber. Keine fünf Meter bis da. Dann wirst du da rüber kraxeln. Wie bitte? Du wolltest doch das kriminalisieren lernen. Was will ich lernen? Da, aus der Werkzeug. Ich ... Ich ... Ich kann das nicht. Ich will doch nur ein guter Messner sein. Ja. Ich geh in die Kirche zur Weihraum. Ich bin drin. Das war nicht zum Überhören. Das war endlich wie besprochen. Ja. Wie nochmal? Scharnierstifte Hammer. Ja, ich weiß nicht. Nicht so zärtlich. Du sollst jemanden kreuzigen, Pontius. Mach die Tür auf. Was? Mach nicht so einen unchristlichen Lärm, du Einbrecher König. Ich hab's geschafft. Ich hab noch so eine Wunde unter Wirstheile gesprochen. Damit sind die Päpsen allerdings ganz schön. Ist das nun ein Einbruch? Auf deiner Seite schon, Johannes. Wurde sie dort ermordet? Nein, genau da. Eigentlich ist es über meine Herzigkeit. Was suchen die hier eigentlich? Ein Fehler. Ein Fehler? Jeder Täter macht am Tatort einen Fehler und den suchen wir. Vielleicht war dir hier ja unfehlbar. Dann hätte mein Täter ja schon. Unfehlbar ist nur einer. Wir wollen doch den heiligen Pfad, nicht die Schuldigen, Johannes, oder? Der Fehler? Vielleicht. Geh mal. Ich musste vorposten. Wie war es mit dem Kraxeln auf dem Dach? War es sehr schlimm? Ja. Nein. Es ging eigentlich. Sehr gut, weil du musst auf dem gleichen Weg zurück. Und die letzte macht die Tür zu. Ich bin aber nicht bestechlich, dass es mal klar ist. Ist klar. Definitiv. Geiger. Sinds halt nicht so nervös. Es geht um ein paar Briefe und um sonst nichts. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich bin nur so schwurbelig. Dann schwurbeln Sie mal das Grafitpulver rüber. Grafitpulver. Wenn dieser Menschesschinder merkt, dass ich seinen Schlüssel habe. Um mit dem Pfarrer über fremden Liebesbriefen erwischt zu werden, das ist nicht schön. Sagen Sie, mit dem Mord hat das nichts zu tun, oder? Mord? Es geht um Kollektendiebstahl. Pinsel. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, die Welt ist verdorben. Pinsel. Pinsel. Bitte schön. Klebe. Kollektendiebstahl. Das ist ja quasi so. Da greift ja jemand Gott selbst in die Tasche. Sind das bloß für Menschen? Ach so. Und dasselbe. Mit dem Brief, da können Sie den dann überführen. So ist es. Träger. Träger. Haben Sie gar nicht so übel gemacht. Danke, Schwester. Die anderen Träger. Anderen Träger. Keine Einträge beim BKA. Ah, das ist interessant. Drei Gruppentypen. Sind Ihre auch dabei? Ich hab doch meine Fingerabdrückende mit eingeschickt. Geiger, bin doch nicht blöd. Das bedeutet, dass drei Leute den Brief in der Hand gehabt haben. Absender? Empfänger? Noch jemand hat seine Hände drauf gehabt. Ihr denkt was? Und diesen Brief ist seltsam. Na ja. Keine schöne Handschrift. Ziemlich ungelenk. Typisch Mann eben. Geiger. Am liebsten würde ich ein handschriftliches Gutachten erstellen lassen. Sie würden heißt ja wohl, ich soll. Na das heißt, Sie müssen, weil sonst kriegen Sie nichts zum Essen. Mein Bischof, ich hatte einen Traum. Träumen Sie nicht mühlich. Wir haben ein Problem. Darüber wollte ich ja gerade mit Ihnen sprechen. Ich glaube, dass... Ich glaube, er tut es schon wieder mühlich. Ach, Sie wissen es schon? Habt Ihr es auch durch eine Epiphanie erfahren? Nein, durchs Telefon. Vage Gerüchte. Aus lokalen, pfaffenbergischen Quellen. Braun soll doch tatsächlich im friedlichsten Ort Deutschlands den einzigen Mord seit Jahrzehnten aufgetan haben. Wir müssen ihn zur Ordnung rufen. Ja, machen Sie das mühlich. Auf mich hat er doch noch nie gehört, mein Bischof. Auf mich offensichtlich auch nicht. Gut, ich mache es ja schon. Vielleicht ist es ja alles nur ein Missverständnis. Sagte Judas zu Jesus. Braun? Mein lieber Guido Hemmelrath hier. Wenn Sie mein lieber Guido sagen, dann bin ich meistens nicht Ihr lieber Guido, oder? Haben Sie Freude an Ihrer Gemeinde, am Pfarrhaus? Ja, bis er auf den Wanderpfad, der durch mein Pfarrhaus führt. Ich möchte mal so sagen, der österliche Petersplatz ist dagegen die reinste Einsiedelei. Aber sonst geht's. Aha. Mir sind da so ein paar missverständliche Dinge zu Ohren gekommen. Ich verstehe nicht. Kriminalistische Dinge, mein lieber Guido. Ach so? Ich bin Bischof. Das ist eine mich ausfüllende Angelegenheit. Ich mag mich nicht mehr immer nur um Sie kümmern. Ah ja? Nun, ich bin sicher, Sie sind vernünftig geworden. So ist es doch, Braun. Ich halte es dir mit der Schrift, Exzellenz. Der Weise spricht mit Überlegung. Der Tor verbreitet nur Dummheit. Ja. Ja. Also, seien Sie ein solcher Kluger und tun Sie alles mit Überlegung. Ich verlasse mich auf Sie. Haben Sie viel Ärger von mir? Ich arbeite dran. Kriegen wir schon. Was gibt's? Besuch. Ich komm gleich. Kräuter. Was ist hier? Ja. Durch geht's. Du bist es immer gleich. Gut. Jetzt aber noch nicht. Du bist da jaun. Die Bösenbuben haben sie immer leichter. Und einen Zimmerschlüssel. Klingel! Jetzt stoppen wir uns! Was ist gut, Johannes? Der ist weiß Gott, wohin verschwunden. Glück gehabt! Nächstes Mal hab ich dich! Johannes, jetzt beruhig dich. Ich werd einmal das Wirtshaus vorhin checken. Und du kannst oben ausziehen. Normal oder durchs Fenster? Kein einfacher Chef, der Kobielke, oder? Er ist ein Menschenschinder. Kennen Sie diesen Brief? Nein. Was wollen Sie denn von mir? Die Wahrheit. Lassen Sie mich bitte durch. Marcel, kommst du? Ihr Bruder hat nichts von mir zu befürchten. Sagen Sie ihm das. Er kann jederzeit zu mir kommen. Ich weiß nicht, ob er das will. Ich weiß nicht, ob er das will. Ja, wegen mir hätten Sie nicht aufräumen müssen. Geiger, was gibt's? Hab die Schnauze voll von der Wildnis. Mörder werden Sie ja wohl nicht in der Küche haben. Dann kommen wir uns rein. Ach so, Sie sind schon drin. Kommissar Geiger ist da. Na, Abend allerseits. Ach, das riecht ja herrlich. Frau Rosshauptner, mein Kompliment. Danke. Möchten Sie etwas essen, Herr Hauptkommissar? Ja, bin so frei. Nein. 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 Keiner sonst? Wir haben keinen Appetit. Also gut. Wer ist da drin? Ihr Opferstockmarner. Frau Rosshauptner, Sie müssen doch nicht Ihren jugendlichen Verehrer vor mir verstecken. Er war es nicht wirklich. Ich hatte den richtigen schon fast. Moment mal. Haben wir doch gesucht? Per Steckbrief gesucht? Das ist jetzt nicht wahr, nicht? Ich gehe. Ich war überhaupt nicht hier. Kollektendiebstahl. Da haben Sie mir aber einen schönen Bären aufgebunden. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nein. Sagen Sie mal gar nichts. Aber einen guten Rat gebe ich Ihnen. Liefern Sie diesen armen Teufel bei der Polizei ab. Sonst gibt es mehr Ärger, als selbst Sie vertragen können. Und danken Sie Ihrem Herrgott, dass ich nichts gesehen habe. ohne dasselbe. Gibt es gar nicht, du. Verleckten, Diebstahl. Frechheit. So was nennt sich Pfarrer. Gut, Koppchen, schnappen wir uns. Heimweh, oder was? Haben Sie schon genug Ärger von mich? Besser, wenn ich verschwinde, gehe ich zurück nach meiner Heimat. Warte, wie stellst du dir das vor? Du wirst steckbrieflich gesucht. Du kommst maximal bis zum nächsten Ampelmännchen. Was ist denn hier los? Ach, der Kollege will ein bisschen frische Luft schnappen. Und jetzt springt er gleich wieder runter und macht das Fenster zu. Du willst nicht, dass hier im Hause die Mikrowelle gewinnt? Wie oft soll ich noch sagen, dass ich ein Kollege bin? Warum sind Sie denn so durch die Nacht geschlichen? Ich kann mir meine Abendspaziergänge einteilen, wie ich will. Und was ist das hier? Wonach sieht das aus? Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben Dreck am Stecken. Und ihr beide seid wirklich bei der Polizei? Franz! Herr Hauptkommissar! Wir haben hier einen Verdächtigen. Was machst du nur schon wieder? Endlich mal jemand Vernünftiges. Ich meine, so viel Dusseligkeit ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Sind da die reinsten Stasi-Methoden? Stasi-Methoden hätten Sie keine fünf Minuten ausgehalten. So. Jetzt machen wir erst mal Kaffeepause. Beste Idee seit Stunden. Lass euch alle einsperren. Herr, ich könnte ein bisschen irdische Hilfe gebrauchen. Du weißt selbst, der Starke ist schwach allein. Das ist jetzt nicht von dir. Das ist wahrscheinlich vom Klausowitz. Aber du weißt schon, wie ich es meine. Ich bin wieder mit von der Partie. Sie können von mir alles haben, was Sie wollen. Wollen wir diesen Dorfpolizisten noch mal zeigen, wo es lang geht. Herr, dein Willi geschehe. Aber ein bisschen mehr Stärkung hätte schon sein dürfen. Grüß dich, mein Willi. Hallo, Erich. Meine Güte. Sie sind. Es tut mir wirklich leid, Herr Pfarrer. Als so robust bin ich, dass es aushalt. Der katholische Geistliche darf sich von der holten Weiblichkeit nicht zu Fall bringen lassen. Sagen Sie mal, jetzt nach der Hochzeit, wie heißen Sie überhaupt? Ja, Hageno ist ja jetzt vorbei. Ja, eben. Ab jetzt gilt. Zappel. Wie? Zappel, Maiprit Zappel. Ist schlimm, oder? Ich würde Ihnen empfehlen, Ihren Sohn nicht nach dem heiligen Philipp zu benennen. Nein, das hatten wir nicht vor. Was ist los? Was haben Sie? Können Sie gerade mal halten? Das fällt Ihnen. Keine Sorge, ich nehme Sie gleich wieder ab. Ich bin nur noch so ein bisschen wackelig auf dem Bein. Der Schock, oder was? Ach, was Schock. Ich bin ja nicht so zart beseitet. Ihr Vater hat sich aber große Sorgen um sich gemacht, hätte ich den Eindruck gehabt. Nee. Der war besorgt um seine Feier. Und natürlich empört, weil der Kerl es quasi gewagt hat, in Anwesenheit seiner Majestäten Verbrechen zu begehen. Aber Sie selber haben auf der Hochzeit schon ein bisschen geschwächelt. Erzählt man sich das schon? In einer Kleinstadt spricht sich sowas schnell rum. Na ja, wenn die Braut die Löffel lang macht. Obwohl ich gar nicht weiß warum, weil normalerweise kann ich echt was ab. Aber an dem Abend, da hat schon ein Glas, ach, ein Schluck Wein ausgereicht. Ach, normalerweise macht Ihnen der Alkohol nix aus. Kein Stück. Wissen Sie, was wir normalerweise Sau trinken? Und dann habe ich mir beim Umkippen, habe ich mir auch noch den ganzen Wein übers Kleid geschüttet. Ach, und deswegen muss das hier in die Reinigung? Genau. Also danke. Obwohl, das ist wahrscheinlich eh ruiniert. Obwohl, wahrscheinlich brauche ich es ja auch gar nicht mehr. Wenn es nach meinem Chef geht, auf keinen Fall. Bis der Tod euch scheidet. Ja, super. Jetzt ist es gut. Tschüss. Was hast du denn? Ich dachte schon, Sie verstehen mich nicht. Ich habe die Bilder vorhin im Fotoladen entdeckt und gedacht, das interessiert Sie bestimmt. So talentiert du als Kriminaler bist, Johannes, so miserabel bist du als Pantomime. Was wir jetzt brauchen, ist eine Idee, Dr. Watson. Was soll ich jetzt mit den Äpfeln? Bitt ich der Baum der Erkenntnis, oder was? Großhauptnerin, zu mir ist pressiert. Ich kann jetzt nicht. Ich muss erst die Betten lüften. Genau, die brauchen wir. Die nehmen Sie mit. Wir kriegen genug Luft unterwegs. Für jetzt ist er völlig durchgedreht. Entschuldigung, aber wir reinigen keine Federbetten. Bitte, es ist ein Notfall. Es tut mir leid, aber wir haben ja gar nicht die Maschinen dafür. Es steht doch auch ein Fenster. Sie verstehen mich nicht. Wir bekommen eine Delegation aus dem Vatikan. Die kann ich doch nicht in diesen muffigen Federbetten schlafen lassen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich kann es doch auch nicht ändern. Es muss doch die Möglichkeit geben, in diesem Boot Federbetten. Und wenn der Pfaffenberg kommt. Schnell. Gut so? Danke. Ich bin ziemlich verspannt. Naja. Liegt ja auch alles auf deinen Schultern. Ja. Ich weiß nicht, dass er den halben Ort nach der Mordnacht und der Hochzeitsfeier ausgefragt hat. Der steckt seine Nase überall rein. Mit dem haben wir noch unsere Freude. Das sag ich dir. Meine Gemeinde kann man auch wieder verlieren. Ja. Ich weiß nicht. Nach so langer Zeit hast du immer noch Skrupel? Manchmal wünsche ich mir, du hättest auch noch ein paar. Nein. Nein, nein. Du wünschst dir, dass wir gewinnen. Und ich hatte so gehofft, er sei vernünftig geworden. Aber aus welchem Grund soll ich denn dort erscheinen? In Pfaffenberg. Ich kann doch nicht durch die ganze Republik reisen, um meinen Pfarrer zu disziplinieren. Da lacht man mich ja aus in Rom. Das wäre schrecklich. Kinder, mein Bischof. Wie meine? Kleine, süße Kinder. Müllig. Wenn das wieder eine Ihrer Visionen ist. Nein, keine Vision. Eine Eingebung. Ich sehe es direkt vor mir. Kleine, süße Kinder jubeln Ihnen zu. Singen. Überreichen Ihnen einen Blumenstrauß. Weil Sie mit dem noblen Spender wohlgemerkt, den neuen Kindergarten einweihen. Sie sind schrecklich. Sie sind schrecklich. Sie schmeicheln mir. So machen wir es. Organisieren Sie die Reise nach Pfaffenberg. Offiziell wegen der Einweihung des Kindergartens. Doch wohnen werden wir im Pfarrhaus. Und können so den Braun an die Leine legen. Herr Forst. Ach. Müllig. Informieren Sie Pfarrer Braun, dass wir kommen. Mein Bischof. Nein, nein, Müllig. Wir wollen ihm keine Falle stellen. Sondern konstruktiv an einer Lösung arbeiten. Also bitte rufen Sie ihn gleich an. Hier, von meinem Apparat. Wie Sie wünschen, mein Bischof. Wie Sie sind schon oben? Sie hängen da, als ob Sie sich gerade morgen vollgeschlagen hätten. Ich stürze lieber schnell zu Tode, als dass ich langsam verhungere. Weiger, die Arbeit ruft. Oh, Pfarrer Braun. Wir haben hier einen Heidenschreck eingejagt. Du musst runter ohne Absicherung. Kann jetzt gerade nicht. Wir haben neue Beweisstücke. Na gut, geht wir. Moment. So, wir können. Geilgo! 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 Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht. Was? Er hat ihn umgebracht! Kommissar Geilgo! Gehen Sie da rein! Geilgo! 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 Sie brauchen nicht anzuklopfen. Die Kirche steht für jeden offen. Ist der Pfarrer da? Nein, tut mir leid. Worum geht's denn? Ich, ähm... Es geht darum, ich hätte was zu beichten. Sie wollen das Gerät nach Handbuch bedienen? Für was ist ja so ein Handbuch sonst da? Würden Sie auch eine Gehirnoperation nach Handbuch vornehmen? Bei Ihnen schon? Geilgo, jetzt machen Sie, was ich Ihnen sage. Ich will wissen, warum die Brat aus den Latschen gekippt ist. Normalerweise reicht der sächsische Dornfeld allein, aber bei dem Mädel nicht. Die ist eine Kampftrinkerin. Also, jetzt drücken wir den linken Knopf. Geiger, den linken habe ich gesagt, nicht den rechten. Na, wie habe ich das gemacht? Perfekt, als hätten Sie die Gehirnoperation schon hinter sich. So, was haben wir jetzt da? Tarnin? Ach. Das hat nichts zu sagen, ist in jedem Rotwein drin. Und was ist das? Ja, das ist doch... Lauter träg, nix für träg. Richtig. Aber das ist interessant. E-Gamma-Hydroxybuttersäure... K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen, natürlich. Ich darf von einen trinken und Sie machen die Löffel lang. Ja. Eine zusammengebrochene Braute. Mehr Aufsehen regt nix auf der Hochzeit. Alles Schlampe. K.O.-Tropfen, das war knapp. BKA, das Handschriftengutachten. K.O.-Tropfen, du schau her. Jetzt mach ich die Löffel lang. Eine Frau? Genau, der Verehrer ist eine Verehrerin. Gibt's doch nicht. Doch, gibt es auch, wenn ich die Dame nicht um Ihre Handschrift beneide. Damit scheidet der Marcel als Täter aus. Jetzt muss ich sagen, der war vorhin hier. Was wollt er? Keine Ahnung, irgendwas beichten. Jetzt wird's langsam unübersichtlich. Ja, das Problem haben wir Kriminalisten ja ein Leben lang. Wenn das einer beurteilen kann, geigert er an Sie. Wo ist eigentlich unser Chefkoch? Der hat sich hingelegt. War zu erschöpft. Annabelle, bist du das? Du hast sie umgebracht. Ich hab keinen umgebracht. Lügst du? Nein, tue ich nicht. Du warst da bei dem Pfarrer. Was wolltest du beichten? Hä? Hör, 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 hör! Auseinander! Ich hab die Mörder! Der arme Pupp. Herr Pfarrer, Sie haben ja noch gar nichts gegessen. Können wir ohrenfeigen, dass ich nicht früher draufgekommen bin, wo es der vorhat. Die Suppe ist mir wirklich gut gelungen. Den Pilke, den hätten Sie sehen sollen. Der hat grinst wie der Saulausgut, als ob er eigenhändigen Jack Tripper mit der blanken Hand gefangen hätte. Ich kann Ihnen auch was Leckeres braten. Los, Hauptnerin. Sie kennen mich. Ich denk manchmal laut. Und beim kriminalistischen Kombinieren ich bin verdächtig schon mal jemanden. Das hat aber nichts zu bedeuten. Aber der Matthei, der weiß das nicht. Das hätte ich bedenken müssen. Vielleicht möchten Sie ihn das her. Ich brauche kein Dessert, ich brauche eine Lösung. Ach, jetzt hören Sie auf zu jammern und holen Sie den armen Jungen da raus. Sehr wohl. Am Ende kriegen wir Sie doch alle. Sehr gute Leistung. Danke, Reinhardt. Aber hier, meine Fopos. Ich meine meine Einsatzkräfte. Die waren auch sehr schnell vor Ort. Danke, Tranz. Ah, Herr Pfarrer, Sie hier? Ich möchte Herrn Topold sprechen, unter vier Augen. Warum das denn? Herr Topold hat mich in meiner Funktion als Seelsorger zu seinem geistlichen Beistand bestimmt. Das kann doch gar nicht sein. Na, der durfte doch gar nicht telefonieren. Meine Herren, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Willkermaßnahmen des Arbeiter- und Bauernstaates nicht mehr angesagt sind, sondern dass wir jetzt in blühenden Landschaften leben, zumindest was Grund- und Menschenrechte anbelangt. Sehr schön. Also gut, gehen wir. Sie haben 15 Minuten. Überspannen Sie den Bogen nicht, Herr Braun. Franz, du willst ihn doch mit dem Pfarrer nicht alleine lassen. Ja, was glaubst du, dass er ihn unter seinem Pfarrendeckchen rausträgt und in seiner Kirche versteckt? Und nenn mich nicht Franz! Und Sie auch nicht! Herr Pfarrer, es tut mir leid. Ich wusste auch nicht, was mit mir los war. Beruhig dich, du hast ja keinen umgebracht. Da sind Sie aber der Einzige, der das glaubt. Der Marcel, der eigentlich bei mir beichten wollte, war es übrigens auch nicht. Die Briefe stammen von einer Frau. Von einer Frau? Ja, ich war genauso überrascht wie du. Dann war er nicht der Verehrer und auch nicht der Mörder. Aber was wollte er dann Ihnen beichten? Was weiß ich, vielleicht sein ständiger Mundraub bei seinem Chef halte ich ja nicht für Sünde, sondern für einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit. Heißt ja schon im Gesetz des Moses, du sollst dem Ochsen der Trischt nicht das Maul verbinden. Er hat anscheinend ein sehr gut funktionierendes Gewissen. Da könnten sich manche hier mal eine Scheibe abschneiden. Und was wird jetzt mit mir? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Weil die Rosshauptnerin hat mir gesagt, ich soll dich hier rausholen. Und wenn die Rosshauptnerin das sagt, was soll ich machen? Marcel, hol mir mal den großen Korb! Grüß Gott, Sie werden mich wahrscheinlich kennen. Ich bin der Pfarrer Braun. Was wollen Sie hier? Sie waren in die Rosa verliebt. Herr Pfarrer! Stimmt's? Ja. Und Ihr Bruder hat davon gewusst und war sozusagen der Apostelion der Muhr, oder? Er hat ja in der Elbkrone gearbeitet. Da fiel es nicht so auf, wenn er die Briefe unter der Töte durchgeschoben hat. Ach und daher die dreierlei Fingerabdrücke. Verstehe. Was? Ich hab nur laut gedacht. Ich hab sie nicht umgebracht. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit? Ich war an dem Abend gar nicht in der Nähe, als sie ermordet wurde. Ich arbeite manchmal noch als häusliche Pflegerin. Ich versorge eine alte Dame, Frau Bräler. Die können Sie fragen. Haben Sie eine Ahnung, wer in der Lage sein könnte, so was zu machen? Sie haben doch gerade den Matei erwischt. Der Matei war es nicht. Und da sind Sie sicher? Da bin ich ganz sicher. Ja. Werden Sie es jemandem erzählen? Das von Ihrem Verhältnis zu Rosa. Wieso fragen Sie? Weil, was das in so einer kleinen Stadt bedeutet, dabei war sie es vielleicht gar nicht wert. Rosa war keine Heilige. Dem Matei hat sie schnell den Laufpass gegeben. Zu gutmütig für sie. Dann hat sie gleich was mit dem anderen angefangen. Aber davon durfte keiner was wissen. Aber Sie haben es gewusst. Ah, Herr Pfarrer, zu Ihnen wollte ich gerade. Ruhig, Geige, kannst du jetzt nicht brauchen. Wieso das? Wieso das? Der Chef ist doch. Gott. In Ihrer Küche? Doch nicht der Chef ist die Heide. Der Bischof. Ja, aber ich habe Hunger. Und ich gehe nicht her, nicht bevor ich was... Wir schmeißen aber was runter. Ja, aber vorsichtig. Ich will das nicht vom Pflaster kratzen. Guido, wo bleiben Sie denn? Sie tun es doch nicht schon wieder, oder? Entschuldigung. Ein schwaches Glück meiner Gemeinde bedurfte schon wieder meines seelsorgerischen Beistandes. Mein lieber Guido, nie wieder soll ein schlechtes Wort über die Kochfähigkeiten der Frau Rochhocknerin über meine Wippen kommen. Das ist ja ganz, ganz köstlich. Danke, Exzellenz. Seid schwül. Geht kaum Luft. Fenster auf. Wenn er schlanker wäre, würde er nicht so schwer atmen. Herr Agido, ich muss Sie bitten, zur Eröffnung des Kindergartens ein paar warme Worte für Dr. Bartes, den eblen Spender, zu finden. Es ist besser, du gelobest nicht, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Ihr Messner ist ja außerordentlich talentiert. Mein Messner, den sollen Sie mal klettern sehen. Er ist vor allen Dingen außerordentlich vorlaut. Muldur, Milus, Achmelius, sehen Sie doch, Mühlig, ich denke, das, erzählen Sie doch mal nach, ob das nicht Sprüche Salomus. Prediger Salomon, 4,5. Ach, Mühlig, wie gut, dass wir nicht gewettet haben. Aber schlecht für Ihr Lieber, weil jetzt müssen Sie den Wein alleine trinken. Mühlig, wir dürfen nicht vergessen, dass der Dicke abschwecken muss. Ich würde mich persönlich drum kümmern. Meine Güte, was war denn das? Da hat gerade einen Solidaritätszuschlag bekommen. Wir feiern heute ein Fest und kommen hier zusammen. Wir feiern heute ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein, wir laden alle ein. Herein, herein, wir laden alle ein. Meine lieben Freunde, einen ganz herzlichen Applaus für unsere jungen Künstler hier. Das war ja großartig. So, nun kommt der spannende Teil immer näher. Und es sollen die zu Wort kommen, die neben mir diesen Tag der Freude erst möglich gemacht haben. Ich sehe, der Herr Bischof Hemmelrath und der Herr Pfarrer Braun sind schon anwesend. Wer möchte denn von Ihnen, meine Herren? Ja, liebe Eltern, liebe Freunde des Kindergartens, liebe Kinder. Und, hat er endlich gestanden? Der ist sehr hartnäckig. Überhaupt nicht immer noch, er sei erst nach dem Mord dort angekommen. Rosa soll in PSMS zum Gespräch eingeladen haben. Da haben wir bei ihr gar kein Handy gefunden. Das ist alles sehr unglaubwürdig. Herr, ich danke dir für diese erlösende Kurzmitteilung. Ich bin ein Hornochse. Ein sehr guter Anfang. Meine lieben Freunde des Kindergartens, ich übergebe jetzt das Wort an einen Menschen, ohne den dies alles hier nicht möglich gewesen wäre, an unseren geistlichen Oberherden, Bischof Hemmelrath. Komm! Melius, es ist wie, wo wäre, es ist besser, dass du nicht gelobst, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Das ist aus den Sprüchten Salomos. Und er, und er, und er hat... Recht. Was? Recht. Natürlich hat er recht, Mönig. Recht hat er. Gut, Sie dürfen zu ihm. Aber ich behalte Sie im Auge. Sie sind mir verdächtig. Wenn die Ökumene genauso flutscht wie die Wiedervereinigung, haben wir in 100 Jahren noch keine Angst vor dem gemeinsamen Abendmahl. Warum hast du mir nicht gesagt, dass die Rosa dir ein SMS geschickt hat? Was? Ach, die Rosa? Ja. Ja, die hat mir eine SMS geschickt. Da hat sie mich gefragt, ob ich sie sehen möchte. Aber das habe ich doch erzählt. Das hast du nicht gesagt. Ich weiß doch auch nicht mehr. Ich war doch total durcheinander. Ist es denn so wichtig? Wenn es einem wurscht ist, ob wir im Gefängnis sind, ist es natürlich nicht wichtig. Aber so ein SMS, die kann doch Gott weiß nicht, wer geschickt haben. Was ich meinen? Was ist? Nix. Gehen wir. So, der Rosa, ihr Handy muss da irgendwo sein. Was ist der Fehler? Dann rufen wir da jetzt an. Was meinst du, was ich gerade mache? Aus dir wird er schon richtig ein Kriminalist. Ich will eigentlich erst mal nur ein guter Messner werden. So, wie der Geiger ein guter Polizist werden will. Jetzt leid's. Ich höre nichts. Das höre ich selber. Tja, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ich weiß schon nicht, wer die Maus ist, aber ich hätte ein Speck für die Falle gekommen. Und man sagt ja auch, sprechen Sie über alles, aber nie über 55 Minuten. Und daran will ich mich jetzt halten. Also, es ist ein sehr, sehr schöner Kindergarten geworden. Und ich hoffe, ihr habt viele Kinder. Sonst müsst ihr das eben ändern. Ja, also, viel Spaß dabei. Bei der Eröffnung meine ich. Danke sehr. Herr Bischof, eine ganz ausgezeichnete Rede. Sehr beeindruckend. War es zwischendurch nicht etwas langatmig? Nein. Eine gute Passage über die Apostel, auch wenn es zwölf waren, nicht elf. Ich meine, Bischof und deren historische Einordnung hätte man etwas kürzer fassen können. Muss man auch. Ja, aber dann hat es mir doch richtig Spaß gemacht. Ja, und es kam auch sehr gut an. Hat der Braun doch mal was richtig gemacht. Na, so würde ich das auf keinen Fall sagen. Ach, mühlich. Sie müssen auch mal vergeben können. Und Sie müssen jetzt schneiden können. Herr Bischof, kommen Sie? Ja. Sehr gut. Sie bitte. Prost. Prost. Da schau her, die Frau Bartels. Was machen Sie denn hier? Und wer ist der Mann? Sie dürfen mich hier gar nicht festhalten. Das ist nötig, Mann. Das ist der Kommissar Geiger. Der kann zwar nicht viel, aber das kann und darf er. Darf ich bitten? Sie haben keine Beweise. Wir haben Sie quasi mit der Hand in der Keksdose erwischt. Und nur der Täter konnte wissen, wo sich das Handy befindet. Wie lange haben Sie schon gewusst, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit der Rosa gehabt hat? Zu lange. Er hat gedacht, ich würde es nicht merken. Aber jede Frau merkt, wenn sie betrogen wird. Die meisten nehmen es nur einfach so hin. Sie wollten es aber nicht so hinnehmen. Nein. Natürlich nicht. Schönes Paar. Richtig verliebt. Das gibt's nicht. Ich habe aus ihm das gemacht, was er ist. Ich habe mein Privatleben, meinen Wunsch nach Kindern geopfert, damit er Karriere machen kann. Mein Bitte. Hätte er mich mal betrogen. Gut, ich bin ja nicht naiv. Männer wollen was Junges. Aber Idiot muss sich hier verlieben. Das haben Sie natürlich nicht zulassen können. Er hätte nicht nur sich, sondern auch mich ruhen jetzt. Wir waren auf dem Weg nach ganz oben. So, hoch zu dieser gute Gelegenheit. Aber da braucht man natürlich ein Ablängungsmanöver, dass man unbemerkt die Terrasse verlassen kann, oder? Herr Ober, auch eins? Okay. Okay. Die Kuh hat sich so lange Zeit gelassen. Hat aber dann doch noch getrunken. Ich hatte ja nur zehn Minuten höchstens. Moment, Schatz. Ihr Mann hat ja einen Schlüssel zu los als Zimmer. Ja. Dann mussten Sie noch ein SMS an den Mattel schreiben, von dem Sie wussten, dass er auf die Rosa steht. Der würde kommen, wenn die ruft, das war klar. So ein SMS ist ja schnell geschrieben, aber wie kommt das Handy in den Fußbodenspalt? Ich hab mich erschrocken. Sie hat sich noch mal bewegt. Das war also Pech mit dem Handy. Dann wurde die Zeit knapp, oder? Ja, ich musste ja zurück zur Hochzeit. Das Handy wollte ich später holen. Und dann mussten Sie sich einmischen. Was mich interessieren, wie haben Sie denn die Zeugen hier hochgebracht, die den Mattel hier entdeckt haben? Das war ein bisschen Glück. Ich wollte eigentlich irgendjemanden unter dem Vorwand nach oben schicken, aber so war es ja viel besser. Langsam. Ich will ja nicht stören, aber da oben ist eine Dachkammer frei. Du Arme, hier, trink mal was, es tut dir gut. Wird gleich besser. Rosa. Rosa? Rosa? Rositschka! Rosa! Rosa! Was war das nicht? War das nicht schon tot? Ah! Ich weiß nicht, was Gottlos ist, diesen jungen Menschen hier umgebracht zu haben oder einen anderen Unschuldigen dafür ins Gefängnis zu schicken. Niemand ist unschuldig. Richtet nicht, damit nicht ihr gerichtet werdet und verdammt nicht, damit nicht ihr verdammt werdet. Gehen wir. Oha! Hier, Ihre Sachen. Ist alles drinne. Der Polizei von hier habe ich immer vertraut. Herr Topol, Sie verstehen... Topol! Ja, Sie verstehen das sicher. Fehler passieren. Nein, das verstehe ich gar nicht. Und der größte Fehler ist, dass Sie hier etwas zu sagen haben. Aber Sie hoch würden. Sie werden doch sicher bei dem da oben ein gutes Wort für uns einlegen. Im Himmel herrscht mehr Freude über einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte. In diesem Sinne, denkt um und tut Buße. Ich möchte jetzt raus hier. Herzlichen Dank für alles. Das ist ja eine richtige Männerfreundschaft. Und dass Ihr Papst zieht? Deine Gedanken seien Reingeiger, spricht der Herr. Woher wussten Sie bloß, dass die Badels ausgerechnet heute Abend versuchen würde, das Handy zu holen? Indem ich der Täterin klargemacht habe, dass das Handy kurz davor ist, entdeckt zu werden. Wie macht man das? Indem man eine Bodensanierungsfirma bittet, den Firmen-Lkw vor der Elbkrone einen Tag lang zu parken. Den ganzen Tag? Wie geht das? Freibär bis zum Abwinken. Sie möchte ich nicht zum Feind haben. Zum Freund wird es auch nicht reichen, leider. Guido, um der liebe Christi willen, was haben Sie denn? Blähungen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Herr Pfarrer. Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, die plötzlichen Magenkrämpfe kämen von meinem Essen. Es ist mehr so ein Bauchgefühl. Noch eines, bevor wir euch verlassen. In der Apostelgeschichte heißt es, gebt Acht auf die ganze Herde. Und Sie, mein lieber Guido, sind in unserer schwarzen Herde das weiße Schaf. Na dann, Servus, Sachsen. Dabei hätte ich mich gerade in diesem Freistaat jetzt an den Dialekt gewöhnt. Dann gehe ich jetzt mal wiederpacken, bevor er sich noch bei mir was bläht. Viel Glück. Pfarrer Braun. Matthei. Möchte ich mich verabschieden und mich bei alles für Sie bedanken. Ohne Sie hätten die mich bestimmt umgebracht. Und ich wäre jetzt auf dem Pfaffenberger Friedhof, wie sagt man, die Osterweiterung? Wo gehst du jetzt hin? Zurück nach Tschechei. Ich habe hier zu viel verloren. Segen dich, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Leb wohl. Dankeschön. Was mache ich bloß ohne dich? Exzellenz, könnten Sie mich nicht zu ihm in die Tschechei-Straf versetzen? Von wegen, Braun. Heißt es doch schon im Alten Testament, der Bauch des Freflers hat nie genug. Ich halte es mir mit dem Neuen Testament, mit dem heiligen Apostel Paulus, der da verlangt, der Bischof sei nicht streitsüchtig. Da hat der Pfarrer Braun recht. Das steht so. Im ersten Brief an Timotheus. 3, Absatz 3. Der Apostelfürst verlangt dort weiter vom Bischof, dass er kein Trinker sei, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung und kein gewalttätiger Mensch. Na, na, Sie junger Wilder. Verfallen Sie mir nach der Priesterweihe ja nicht der Befreiungstheologie. In diesem Zusammenhang nun zu Ihnen, Sie alter Wilder. Nüchtern und besonnen, wie es das Buch der Bücher verlangt, haben wir, Mühlig und ich, uns eine besondere Strafe für Sie ausgedacht. Oje, Herr Mischoke. Nein, Braun, Sie bleiben hier. Ich werde nicht strafversetzt. So ist es. Ich versage Ihnen die Freude eines Ortswechsels. Da Ihr böhmischer Mundschenk nun weg ist, nutzen Sie die Gelegenheit, um sich wieder in Richtung Idealgewicht zu bewegen. Den Priestermangel werden wir nicht dadurch beseitigen, dass ein Pfarrer aussieht wie zwei. Monsignore, kennen Sie beim Evangelisten Matthäus die Stelle 1511? Ist mir gerade nicht geläufig. Kennen Sie nicht? Ist doch ganz leicht. Nicht das, was durch den Mund in einen Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Mund des Menschen herauskommt, macht ihn unrein. Woher kennt Sie der Evangelist so genau, Monsignore? Sie, Mühlig, steigen jetzt ein. Und Sie, Braun, lassen Sie mir meinen mühlichen Frieden. Und sagen Sie mir, wie Sie Ihrer Kriminalisierungssucht begegnen und Ihr Gelübde in Zukunft halten wollen. Vielleicht sollte das Verbrechen ein Gelübde ablegen, dass es mich in Zukunft meidet. Frauen, mir ist jetzt nicht nach Witzen. In Sachen Kriminalisieren empfehle ich Ihnen, nehmen Sie sich ganz fest vor, es zu lassen, sonst wird mein Zorn furchtbar werden. Und wenn das Verbrechen mal wieder an Ihre Türe klopft und Sie versucht, schicken Sie es einfach zu den Evangelen. Ich segne Euch. Was denn? Wir dürfen dableiben? Na dann, Herr Pfarrer, schlage ich Ihnen zur Förderung unserer Sesshaftigkeit folgendes Angebot vor. Ich sorge für gutes Essen und Sie gehorchen dem Bischof. Einverstanden, Ross-Hauptmann. Wer do you come from? Texas, United States. Jetzt reicht's mir. Jetzt nehme ich mir die Gnall des Ortswechsels. Ross-Hauptmann, wir packen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020